hallo meine lieben zubereitet habe ich für heute einfach und lecker gefüllte teigtaschen in part 1 findet ihr die zutaten für die hackfleischfüllung jetzt in dem video part 2 die zutaten für das teig die zubereitung wie immer in der beschreibung und die zubereitung im videoclip ja viel spaß beim önergleich bis zum nächsten mal hier Vielen Dank.